Go Ninja, Go Ninja, Go! Go Ninja, Go Ninja, Go! Go, Go, Go! Konnichiwa, ihr Ninjas da draußen. Heute wieder zu einer Folge PUBG, zusammen mit Fresh Fries. Hallo. Wo wollen sie hin? Weiß ich noch nicht so ganz. Oh komm, Banane. Banane? Bananas! In Bajamas? Sind lustig anzusehen. Da 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 da. Freunde, wer kennt das noch? Bananas in Pyjamas, wenn ihr's nicht kennt? Müsstest du auch nicht nachholen. Ganz ehrlich, war nicht so cool. Ach nee. So im Nachhinein. Aber die Musik war cool. Ja. Gibt Sachen, die muss man einfach nicht nachholen. Manche Sachen kann ich mir mal ins Herz legen, so was weiß ich. Duck zum Beispiel oder so. Ah, meinte Sachen. Was für ein Ding? Duck! Kennst du nicht Duck? Nee. Kennst du nicht? Nee, du bist ja doch vier Jahre jünger als ich. Ja, meine Schwester kennt auch Duck. Wie alt bist du? 30. Drei Jahre. Ich werd 30. Du willst, ja dann erst recht unter drei Jahre. 2, noch was. 27. 2,27. Nee, ich bin 27. Deswegen 2, irgendwas. Nimmst du hier das Doppelstück dann links neben dir noch mit? Also hinter die Karte. Ja, ja, ja. Ich hab nen Sucher gefunden. Was für einen? Kannst du jetzt rein interpretieren, was du willst. Ich hab einen Sucher gefunden. Kannst du rein? Ja. Kannst du einfach sagen, es ist vierfach oder so? Nee, zweifach. Hier ist noch ein Helm. Oh, ich werd schon einen finden. Oh, die Hoffnung. Ich hab noch keinen Helm. Ich hab zwei fucking Rauchgranaten, aber keine Schusswaffe. Oh, ich hab ne Schrotze. Ich hab gejammert, Spiel. Ich! Soll ich auch mal jammern? Ja, jammer mal, bitte. Ich hab ne fucking Dreierhelm und ne Zweierweste. Und bin doch nicht tot. Und dem gefällt dir dumm. Herrlich, herrlich. Aber genau da, ich geh so rein, weißt du, Dreierhelm, Zweierweste. Ja, passt schon. Ich find meine dritte fucking Rauchgranate. Nice. Soll ich dir ne Blend an den Kopf werfen? Die hätt ich im Angebot. Ich hätt gerne Schusswaffe. Ach, ne Schusswaffe? So, hier ist noch ne Schrotzen hier vorne. Mehr hab ich auch noch nicht. Ich hätt ne Luftklappe für dich. Hier ist noch ne 1er Hemm. Falls du willst. Hab ich schon. Doch nicht so blöde. Du hast Lust durch ihn. Jetzt lüte ich alles, könnte auch noch das haben. Hättest du so oder so gemacht? Ja, hätt ich schon. Also laber nicht wieder, dass du es nicht gemacht hättest. Hier ist noch ne Zweierweste. Ich komme. Hier ist noch was bei? Ah, 5 MP. Wir sind safe. Das ist ja schön. Safe, safe. It's magic. Mit beschissenen Waffen. Weiter zu Gadgar oder runter V? Runter, runter, runter. Ei, 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 ei. Echt beschissen hier. Bisher nur ne Schrotzen. Ja. Fissel hab ich auch noch und 3 Rauchgranaten. Auf gut Deutsch. Am letzten Eck campen und wenn dann einer kommt so. Zack. Catch what? So ungefähr. Bei meinem Glück fliegen wieder 3 Schuss vorbei. Und ich krieg dann einen Hit ab und bin hin. So muss es sein, ne? So muss es sein. Oh, hier ist der Tisch umweg. Mit dem Walldeck sieht man den nicht immer so. Ach so. Er hat gar Schüsse. Mhm. Ich renne gleich durch. Kannst du hier die 4 Häuser machen? Oh, hier ist die Tür offen. Ja, hier ist er offen. Hier vorne auch. War der gerade schon offen? War hier gerade schon offen. Nee, da läuft er, ne? Ich seh. Hier rechts an den roten Häusern. Ah, okay. Versuch heranzukommen. Er ist vorne raus. Hat mich, glaube ich, nicht gesehen. Ja, ist auch rum ums Haus, oder? Ja, noch einer rum ums Haus, der sieht. Nice. Nice. Hier ist noch einer. Wo? Ich weiß nicht, wo der ist. Ich bin reingekrochen. Nur ausgenockt. Aber der hat mich gehört. Hol mich erst. Hol mich erst. Schnell, schnell, schnell. Ich kann nicht. Da ist einer. Geht an. Nice. Komm, komm, schnell, schnell, schnell. Nein. Nein! Ich habe noch hingegriffen. Ja, dann viel Spaß mit dem Loot. Äh. Nicht unbedingt gerade das Premium-Loot am Start. Ah, da war noch ein Dreierhelm mindestens. Ja, deiner. Ah, von den anderen hat er auch ein. Nades anständige. Äh, Dreierhelm. Eine Scar. Kompressor. Griff. Erweitertes Magazin. Schmerzmittel. Noch eine Pfanne. Achso, ich könnte mich heilen. Fuck. Erstmal heilen. Uiuiui. So, ein Zweiersucher drauf. Da auch. Nachladen wäre nicht schlecht. Puh. Das war jetzt Glück. Dass der den auch holen wollte, ne? Ja, das war knapp, ne? Ah, dein Dreierhelm wäre auch noch unbeschädigt. Hattet ihr nichts besseres an Waffen dabei? Ohne Scheiß. Nicht mal in Suche. Meinst du, ne? Boah. Alter. Und kaum Medi-Stuff. Also, voll blöd. Hattest du noch Medi? Nope. Na ja. Hilft ja nicht. Hä. Wow. Und so viel Schuss. Leck mich am Arsch. Erstmal rauswerfen, was wir nicht brauchen. Und jetzt ist die Frage, wohin? Gadga waren Leute, oder? Nein. Da waren vorhin Schüsse. Ein bisschen Party machen. Es war echt knapp. Ich hab das F noch aufploppen sehen. Hab gedrückt, aber dann war... Bist du mir schon weggestorben. So. Ich krieg eh gleich Shots ab. Kann sein, ne? Man weiß es nicht. Da hinten Auto. Motorrad. Und aus Gadga Schüsse. Da hinten auch nochmal Shots. Hab ein. Nice. Vor allem der war zum Glück Instant Down. Ich weiß halt nicht, wo der Loot rumlag. Nicht, dass der irgendwo auf freier Fläche stand. Der hat darüber geschossen. Hm. Da ist er. Fuck. Vierfach Sucher. Boah, der hat auch nix am Midi-Stuff. Ich kotze gleich. Aber den Vierer Sucher am Start. Oh Gott. Okay. 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 Und 있을 einzelne. Nächste Zone kommt gleich, ok ich muss ein Stück, ich würde sagen der frühe Vogel fängt den Wurm, in dem Fall, noch richtig viele am Leben, 46, ne, 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 den erwische ich nicht, nicht wirklich, hinter mir läuft nichts, der hat ja auch noch kaum 56er Moon, ich kotze bald, haben wir hier nicht am Anfang gelootet an der Banane, also nicht wirklich weit gekommen, ne, boah, wo ist die, wo gehe ich hin, wohin, wohin, wo mich nicht gleich Gott und die Welt sieht, ins Gras hocken und warten, im Busch wird er sein, wirst du das dann eher gerade sein, natürlich, ja, aber der Busch ist nicht unbedingt optimal, ja, gab es schon mal bessere, ja, der hier ist, glaube ich, Böscher, 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 ein bisschen, Böscher, ja, der ist besser, so ein kleines Stück besser, abwarten und Tee trinken erstmal, bei so vielen Leuten, hallo, was ist da kaputt, es sind so viele Puschinki abgesprungen, allein das, oh, das könnte sich immer noch Military zusammenziehen, ja, glaube ich aber nicht, na, ich jetzt auch weniger, aber möglich ist alles, weißt ja eh, Buschtaktik ist schon gut, aber man nimmt sich also fucking viel Sicht auch, von hinten müssten eigentlich noch welche kommen, weil hinterhalb Gatka waren noch welche, ich habe ja kein Midi-Stuff, nur Energies ohne Ende, also drei Energies, ein Schmerzmittel, Auto, ah, fährt vorbei, ja, super, ja, dich sieht ja doch auch keiner, ah, da läuft einer, der hat sich jetzt auch im Busch gehockt, echt jetzt, hast du eine Net, ah, der ist ein paar Meter weg, der ist da in dem Busch, nicht da rechts nehmen, guck mal rechts, ah, ne, schau mal, oder, ich will mir noch nicht ganz sicher, ich auch nicht, links war einer, glaube ich, im Busch, also in dem linken von denen, als du aufgestanden bist, hat man das gut gesehen, den hier, oder was, ne, da, oder, ah, ne, das ist genau mit dem, mit dem Blatt davor, oh Gott, da ist da gerade reingekrochen, oder, weiß es nicht, ist da Blutgespritze, oder nicht, ich glaube nicht, ne, ich bin mir nicht sicher, fuck, wo muss ich hin, du bist nicht so weit, 300 Meter ungefähr, ah, okay, oh fuck, oh fuck, ich glaube, dich hat jemand gesehen, aber, dass du da nicht weiter schießt, sondern aufhört, warum, weil er nur einen Hit gesetzt hat, okay, oh fuck, was mache ich denn, erst mal hat sich da was, erst mal hat sich da was, das mal hat sich da was, okay, 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 ich muss dann schon langsamer reinziehen da ist ein uhr jetzt dat ja ich will mal wann steht halt immer noch da muss halt auch demnächst los wohin in die zone wenn er nicht schon los ist da kommt jetzt echt ein auto ich höre eins links da hinten echt jetzt ich bin hier noch nicht safe da rennt einer ja ich habe ein rennen sehen da sind das haus gelaufen davon da hinten rein da links laufen einer springt da noch ist ja über die eine ist wahrscheinlich nicht wie heute musst du Oh, ein Stück. Es ist halt nur freie Fläche. Ja, oh. Manche Leute sollten es dann noch einverlassen, oder? Ja, hier hatte ich aber kurz mal Rast, ne? Wer rastet, der rastet. Ah, jetzt hat er den ersten Hit. Ah, den zweiten. Man trifft die Pfanne. Ja, dann muss er ein bisschen mehr nach links laufen. Und da wurde die Pfanne getroffen, siehst du? Ja, super. Ich steh genau in der Mitte. Oh, ja, ja. Man. Einfach nur Bullshit. Drei Kills gemacht, aber dann einfach solchen scheiß Zonen-Pech. Naja. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Schreibt uns was in die Kommentare. Und hier sind noch ein paar Videos für euch. Ich würde sagen, ciao und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.